So, wir haben knapp 83 Minuten hier absolviert. Roman Kinast darf sich freuen. Er krönt seine beste Saison in Österreich mit 19 Treffern und mit dem Meistertitel. Mit einer Einberufung für das Spiel des Jahres. Nächste Woche gegen Deutschland. Und er würde noch gern was sehen, der Chef. Das kann man ja noch gut ein bisschen nach vorne spielen. Noch versuchen, die Fans zu verwöhnen, ein bisschen zaubern. Die Kulisse ist prächtig. Aber wenn man sich natürlich gemütlicher den Ball zuschiebt, dann kann man das bewusst dann mehr aufsaugen, was sich in der UPC-Arena tut. Mario Haas und Samia Moratovic! 2-1 und fast schon kitschig die Oldies kommen. Und bedienen sich hier da vorne. Pass auf Moratovic und der wird vielleicht hier wieder zum Matchwinner, wie in der Vorschlussrunde auch diesmal. Schöner Doppelpass. Und dann natürlich ganz feiner Fuß unten. Ein Schlenzer. Bisschen mit dem Außenriss. Keine Chance für Fabian Schumacher. Genau das wollte er noch sehen. Das haben sich die Fans hier verdient. Ein Siegestreffer. Ja, gute Argumente für Sturm. Vielleicht doch diesen Samia Moratovic noch ein Jahr zu halten. Vielleicht, das erfährt man ein bisschen aufzubessern. Wir sind in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Wir sind in der Nähe.